Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal und heute haben wir mal eine richtig kranke 38-Kills-Runde im neuen Reload-Modus geholt. Auf jeden Fall noch vielen Dank für die 1000 Abonnenten auf YouTube und ja, damit viel Spaß mit dem Video. Ich hab schon Splash. Oh, grüne Tag, let's go. Okay, wer braucht Splash? Äh, ich würde sie mit Splash nehmen. Jetzt nur mal. Wer ist ein Gegner davon? Jo, ich hab einen. Was hab ich für einen goofy ass ping, alter. Einer gut. Schmeckt. So, dann kommt. Ja. Braucht jemand Medikid? Guck mal oben links. Let's go endlich mal an IP. Guck mal so Kisten mit nur exotischen Waffen auf dem Berg? Äh, nee, man kann exotische Waffen aus normalen Kisten bekommen. Weil letztens hatte ich mal in der Runde, wo du offline warst, da war die ganze Kiste voller exotischen Waffen. Einer, 91. Einer, fliegt einer. Von mir? Den habe ich gelasert. Bro, er kommt von hinten. Da oben 55. 21 auf den, der fliegt. Auf den da oben gekillt. Nein. Hä? What the fuck? Okay, sehr gut. Ist hier aber noch eine vercampt. Oh. Kommt noch einer. Sehr gut. Blaue AR. Ja, ich hab mal mit vier. 80. 22. Der ist einer oben drauf. Doch, ich kann nicht sprinten, Alter. Ach, pass auf, da kommt noch einer. Sehr gut. Der kann mich hier gar nicht treffen. Pro. Der Dame. Ich brauche Hilfe. Wer wohl. 100. Digga, der hat mich voll piecet. Hab ihn. Nice. 2x32. 3x32. Nein, ein Schuh, da einer mit der Sniper. Digga, die zu hören. 35, 50, 100. Bro, ich laser die alle, das ist crazy irgendwie. 3x32. 4x32. 3x32. 5x32. 3x32. bapt inträffens. booked. 4x32. ápis. Krungen wir euch mal hier ein ganzes Team mit. Hab den einen. Noch einen. 4x32. Eine blöse. 1x33. 3x33. 1x33. 1x33. und neun sehr gut in der luft aber auch ein ich gebe mir morgen gegen das für 24 davon laufen welche 22 noch auf den hat noch ein sehr stark nein ich habe keine money mehr hat noch jemand habe ein oder hat mich redet ich habe mir kurz schild der hat mich einfach der darf ich einfach mal ganz ziel ich will sie ist auch ganz lustig auch zwei nokt sehr gut ich bin tot wir haben siebenundzwanzig kills einer ist eine richtig gute runde du hast 18 ich habe aber ich nehme die über den geland dinge hier oben noch ein sehr stark hier liegt ein episches jagdwehr kann mich jemand im moment gerade dicke fights noch ein team gekillt hat jemand sniper ich habe ich habe 50 und nur noch hier dein kill deine goldene let's go mein ganzes inventar besteht aus warte hier ist noch eine untere treppe leute 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 und hilfe benötigt ich habe nur 36 ap ja schade 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 ich habe einen niedergesprungen recht leute ausfällt sehr gut sehr gut sehr sehr strong alter wie viel Kills waren also 38 oder so keine Ahnung Jo Leute, das war's gewesen mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und schaut's beim nächsten Mal gerne wieder vorbei.